Ich bin Thomas Gebhardt, der Bundestagsabgeordnete der Südpfalz. Zu meinem Wahlkreis gehören der Landkreis Südliche Weinstraße, die Stadt Landau und der Landkreis Germersheim. In jeder Woche, in der ich nicht in Berlin bin, biete ich regelmäßig an einen Informationsstand mit dem Ohr vor Ort. Die Bürger können unkompliziert auf mich zukommen mit ihren Anliegen und wir können über all das sprechen, was den Menschen auf den Nägeln brennt. Seit langem biete ich an Politik direkt. Wenn Sie fünf Personen einladen, komme ich zu Ihnen nach Hause und wir diskutieren eine Stunde lang die Themen, die Sie interessieren, mit Ihren Freunden, Familien, Nachbarn, ganz wie Sie mögen. Regelmäßig besuche ich vor Ort vor allem kleine und mittlere Unternehmen und Einrichtungen. Heute bin ich in einer Apotheke in meinem Wahlkreis, um mich über die aktuelle Situation zu informieren. Selbstverständlich biete ich regelmäßige Bürgersprechstunden an. Melden Sie sich einfach in meinem Büro, um einen Termin zu vereinbaren. Mein Wahlkreis reicht vom Rhein entlang der französischen Grenze bis nach Schweigen-Rechenbach, nach Norden bis nach Maikammer und dann wieder Richtung Osten nach Lingenfeld. Wir haben hier eine traumhafte Landschaft und wir haben wunderbare Menschen. Ich möchte mich weiterhin mit voller Kraft für diese Region einsetzen. Wir sind nicht mit mir zusammen, das ist da auf der Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank.